Deutsch lernen einhundert Sätze mit dem Wort aber. Ich möchte gerne ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit. Er ist sehr intelligent, aber manchmal etwas fehlerhaft. Das Essen im Restaurant war köstlich, aber der Service ließ zu wünschen übrig. Das Wetter ist schön, aber es ist ziemlich windig. Ich möchte gerne abnehmen, aber ich liebe Schokolade zu sehr. Die Veranstaltung war gut organisiert, aber die Musik war zu laut. Das Buch ist interessant, aber es ist sehr lang. Ich möchte gerne ins Ausland reisen, aber ich habe nicht genug Geld. Die Arbeit ist interessant, aber sie ist auch sehr stressig. Sie ist sehr talentiert, aber sie ist auch ein bisschen schüchtern. Der Film war spannend, aber das Ende war enttäuschend. Er spricht fließend Deutsch, aber sein Akzent ist noch deutlich hörbar. Die Landschaft ist wunderschön. Aber das Wetter ist ziemlich kalt. Der Test war schwer, aber ich habe mein Bestes gegeben. Das Auto ist schnell, verbraucht aber auch viel Benzin. Ich möchte gerne gehen, aber ich bin müde. Die Reise war aufregend, aber auch sehr anstrengend. Die Präsentation war gut strukturiert. Aber sie hätte etwas kürzer sein können. Das Hotelzimmer ist komfortabel, aber der Ausblick ist nicht so schön. Die Party war lustig, aber es gab nicht genug Essen. Die Wohnung ist geräumig, aber die Miete ist ziemlich hoch. Die Schule ist gut, aber die Lehrer sind manchmal stark. Das Essen im Restaurant ist lecker, aber die Portionen sind zu klein. Der Urlaub war entspannend, aber er war auch ziemlich teuer. Der Hund ist niedlich, aber er bellt oft laut. Die Arbeit ist interessant, erfordert aber viel Zeit und Engagement. Das Konzert war großartig. Aber die Tickets waren sehr teuer. Das Buch ist fesselnd, hat aber einen komplexen Handlungsstrang. Das Hotel ist luxuriös, aber der Service ist schlecht. Der Kaffee schmeckt gut, aber er ist zu heiß. Das Projekt ist wichtig, aber es erfordert viel Teamarbeit. Die Stadt ist schön. Aber sie ist auch sehr überfüllt. Der Film ist lustig, aber er hat auch traurige Momente. Die Arbeit ist interessant, aber sie ist auch sehr anspruchsvoll. Das Essen im Restaurant ist lecker, aber es ist auch ziemlich teuer. Der Vortrag war informativ, aber er war auch ziemlich langatmig. Der Zug ist pünktlich, aber er ist auch oft überfüllt. Die Prüfung war schwer, aber ich habe trotzdem eine gute Note bekommen. Das Buch ist interessant, aber es ist auch sehr lang. Die Party war lustig, aber es gab zu wenig Platz für alle Gäste. Der Film ist spannend, hat aber auch einige langweilige Szenen. Das Essen im Restaurant ist köstlich, aber die Portionen sind zu klein. Das Hotel ist luxuriös, aber es ist auch ziemlich teuer. Der Kaffee schmeckt gut, aber er ist auch sehr stark. Das Projekt ist wichtig, erfordert aber viel Zeit und Mühe. Die Stadt ist schön, aber sie ist auch sehr überfüllt. Der Film ist lustig, aber er hat auch einige traurige Momente. Die Arbeit ist interessant, aber sie erfordert viel Konzentration. Das Essen im Restaurant ist lecker, aber es ist auch sehr teuer. Der Vortrag war informativ. Aber er war auch ziemlich lang. Der Zug ist pünktlich, aber er ist auch oft überfüllt. Die Prüfung war schwer, aber ich habe trotzdem eine gute Note bekommen. Das Buch ist interessant, aber es ist auch sehr lang. Die Party war lustig, aber es gab zu wenig Essen für alle Gäste. Der Film ist spannend, hat aber auch einige langweilige Szenen. Das Essen im Restaurant ist köstlich, aber die Portionen sind zu klein. Das Hotel ist luxuriös, aber es ist auch ziemlich teuer. Der Kaffee schmeckt gut, ist aber auch sehr heiß. Das Projekt ist wichtig, erfordert aber viel Zeit und Engagement. Die Stadt ist schön, aber sie ist auch sehr laut. Der Film ist lustig, aber er hat auch einige traurige Momente. Die Arbeit ist interessant, erfordert aber viel Geduld. Das Essen im Restaurant ist lecker, aber es ist auch sehr teuer. Der Vortrag war informativ, aber er war auch ziemlich langweilig. Der Zug ist pünktlich, aber er ist auch oft überfüllt. Die Prüfung war schwer, aber ich habe trotzdem eine gute Note bekommen. Das Buch ist interessant, aber es ist auch sehr lang. Die Party war lustig, aber es gab zu wenig Getränke für alle Gäste. Der Film ist spannend, hat aber auch einige langweilige Szenen. Das Essen im Restaurant ist köstlich, aber die Portionen sind zu klein. Das Hotel ist luxuriös, aber es ist auch ziemlich teuer. Der Kaffee schmeckt gut, ist aber auch sehr heiß. Das Projekt ist wichtig, aber es erfordert viel Teamarbeit. Die Stadt ist schön, aber sie ist auch sehr überfüllt. Der Film ist lustig, aber er hat auch einige traurige Momente. Die Arbeit ist interessant, aber sie erfordert viel Konzentration. Das Essen im Restaurant ist lecker. Aber es ist auch sehr teuer. Der Vortrag war informativ, aber er war auch ziemlich langweilig. Der Zug ist pünktlich, aber er ist auch oft überfüllt. Die Prüfung war schwer, aber ich habe trotzdem eine gute Note bekommen. Das Buch ist interessant, aber es ist auch sehr lang. Die Party war lustig, aber es gab zu wenig Platz für alle Gäste. Der Film ist spannend, hat aber auch einige langweilige Szenen. Das Essen im Restaurant ist köstlich, aber die Portionen sind zu klein. Das Hotel ist luxuriös, aber es ist auch ziemlich teuer. Der Kaffee schmeckt gut, aber er ist auch sehr stark. Das Projekt ist wichtig, erfordert aber viel Zeit und Mühe. Die Stadt ist schön, aber sie ist auch sehr überfüllt. Der Film ist lustig, aber er hat auch einige traurige Momente. Die Arbeit ist interessant, aber sie erfordert viel Konzentration. Das Essen im Restaurant ist lecker, aber es ist auch sehr teuer. Der Vortrag war informativ, aber er war auch ziemlich langweilig. Der Zug ist pünktlich, aber er ist auch oft überfüllt. Die Prüfung war schwer, aber ich habe trotzdem eine gute Note bekommen. Das Buch ist interessant. Aber es ist auch sehr lang. Die Party war lustig, aber es gab zu wenig Essen für alle Gäste. Der Film ist spannend, hat aber auch einige langweilige Szenen. Das Essen im Restaurant ist köstlich, aber die Portionen sind zu klein. Das Hotel ist neu. Vielen Dank.